Ich will nicht mit Ihnen reden. Ich setze mich und mustere ihn eingehend. Zwischen uns der leere Tisch. Er ist angekettet, hat nicht mehr als einen halben Meter Spielraum. Alles ist sicher. Warum wollen Sie nicht mit mir reden? Ich möchte meinen Anwalt sprechen. Wir haben versucht, ihn zu erreichen, aber es geht einfach nicht. Verstehen Sie? Ich habe Rechte. Und ich habe Hämorrhoiden. Wir alle haben Dinge. Besitz? Darum geht's ja auch. Unterlagen. Unterlagen, die Sie gestohlen haben. Ich habe nichts hier, was ich Ihnen geben könnte. Das wissen wir. Natürlich haben Sie nichts dabei. Wenn Sie etwas dabei gehabt hätten, hätten wir es längst. Wo haben Sie die Unterlagen versteckt? Ich will nicht mit Ihnen reden. Das hat keinen Zweck. Warum denken Sie sowas? Wie kommen Sie darauf? Sie sind nicht auf meiner Seite. Was denken Sie denn? Ich stehe auf. Gehe im Raum herum. Ist der Staat für Sie so eine undurchdringliche Struktur? Eine Maschine, die nur dazu erschaffen wurde, um Sie zu vernichten? Kommen Sie. Das ist doch lächerlich. Ich will meinen Anwalt sprechen. Okay. Morgen. Ich sorge persönlich dafür, dass das klappt. Wenn Sie mit mir reden. Deal? Er zieht die Augenbrauen hoch. Denkt nach. Es wird keine Stunde dauern. Er zögert einen Moment und nickt dann knapp. Gerade genug, um ein Einverständnis zu signalisieren. Gut, gut. Ich setze mich wieder. Kaffee? Tee? Wasser? Er schüttelt den Kopf. Meine Kollegen beobachten mich sicher durch das Spiegelglas. Ich soll mich beeilen. Gut, dann erzählen Sie mal. Wie heißen Sie? Wo kommen Sie her? John Doe. Witzig. Ich habe das schon einmal erzählt. Ich höre eine Störung in der Leitung zum Anwalt. Ganz laut. Gott, hören Sie das auch? Er schließt für einen Moment die Augen. Dann öffnet er den Mund wieder. Simon Beck. Geboren und aufgewachsen in der Nähe von... Spezifisch. Geboren und aufgewachsen in Rheinbach. Neckar gemöhnt. Schöne Gegend. Ich mag das Kloster dort gerne. War dort einmal mit meiner Frau. Es gibt dort kein Kloster. Ja. Simon forscht in meinem Gesicht, als könnte er dort irgendetwas finden. Irgendein Hinweis, irgendein Pfeil, der die Richtung zeigt, in die es gehen wird. Er scheint nichts zu finden. Nachdem Sie die Realschule in Neckargemünd abgeschlossen haben, haben Sie eine Lehre angefangen. Als Metzger. Sind Sie ein grausamer Mensch, Herr Beck? Ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Die Bezahlung war in Ordnung. Sind Sie ein grausamer Mensch? Nein. Warum dann der Beruf? Ich will meinen Anwalt sprechen. Ich atme tief ein und aus. Simon, Simon, Simon. Das ist nicht nett. Ich will meinen Anwalt sprechen. Okay. Sie wirken etwas paranoid. Wissen Sie das? Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich weiß, was da läuft. Kommen Sie jetzt wieder mit der Alien-Geschichte? Okay. Was haben Sie gesehen? Ich habe alles bereits zu Protokoll gegeben. Warum eigentlich? Ich dachte, der Staat ist das Böse. Ich wusste nicht, inwieweit diese... Wesen und der Staat unter einer Decke stecken. Ich habe es wirklich versucht, mit Leuten wie Ihnen zu reden. Immer und immer wieder. Und niemand hat mir zugehört. Da musste ich eben etwas tun. Ich habe die Dokumente ja nicht einmal richtig einordnen können. Aber wenn man mich so behandelt, dann ist mir schon klar... Ich ertrage das nicht mehr lange. Staat hier, Staat da. Dieser ganze Unsinn. Was würde Sie denn überzeugen, dass wir keine bösen Alien-Verschwörermonster sind? Meinen Anwalt zu sehen. Das würde mich vielleicht überzeugen. Sie lassen nicht locker, oder? Nein. Ich kenne meine Rechte. Nun gut. Unter einer Bedingung sorge ich dafür, dass der Anwalt zu Ihnen kommt. Wir rufen ihn gleich an. Wenn Sie meine Bedingung erfüllen... Er schaut mich gespannt an. Ja? Sie sagen nicht, dass wir Ihnen den Anwalt vorenthalten haben. In Ordnung? Dann würde ich mich wirklich für Sie einsetzen. Ich lächle ihn an. Falls nicht, dann kommen Sie nach dem Gespräch in Isolationshaft. Besondere Maßnahmen, weil Sie sich so fürchterlich aufregen. Er nickt. Der Deal scheint Ihnen nicht glücklich zu machen, aber das kann mir egal sein. Ich würde es gerne hören. Zur Bestätigung. Das ist wichtig für mich. Für das Prozedere. Ich werde nichts in diese Richtung sagen. Ich werde nicht sagen, was Sie belasten würde. Wunderbar. Ich stehe auf, trete zur Tür, verlasse den Raum, schließe die Tür und gehe zu meinen Kollegen. Und wie sieht's aus? Anwalt. Wie viel Zeit brauchst du noch? Der Anwalt wohnt laut den Unterlagen in der Nähe, oder? Selbes Viertel. Fünf oder zehn Minuten reichen bestimmt. Ich gehe zurück in den Raum und schließe sorgsam die Tür hinter mir. Wann ist er da? Wir haben angerufen und er kommt direkt. So lange würde ich gerne noch mit Ihnen reden. In Ordnung? Worüber denn noch? Einfach, wie das alles abgelaufen ist? Sie haben doch die Akten. Die Akten sind nicht Sie. Vielleicht ein kleiner Teil von Ihnen, aber ich will es gerne von Ihnen hören. Kommen Sie. Meine Kollegen wollten das mit dem Anwalt noch rauszögern. Ich musste jetzt ein bisschen... Sie wissen schon. In Ordnung? Ich bin kein Teil des bösen Verschwörerstaats. Wirklich nicht. Ich bin einfach ein Mensch, der wissen will, was los ist. Okay. Mein Anwalt kommt sicher? Er ist benachrichtigt und wird sicher jeden Moment hier sein. Von mir aus. Also, das war vor fünf Monaten. Es hat nicht mit einem Leuchten oder so angefangen, sondern mit einem Geräusch. Ein einzelner Ton. Die ganze Zeit. Erst habe ich versucht, ihn zu ignorieren, aber es hat nicht aufgehört. Ich konnte nicht mehr richtig schlafen. Hat ihn noch jemand gehört? Meine Freundin, aber sie hat ihn irgendwie anders beschrieben. Ich sagte tief und sie irgendwie kratzend, unförmig, hoch. Wir haben ja keine Wörter dafür irgendwie. Aber sie ist dann auch ziemlich schnell weggezogen, zurück zu ihren Eltern. Warum? Das Geräusch. Es war die ganze Zeit da. Und ich wollte dem nachgehen, aber sie wollte einfach bloß weg. Haben sie sie gehen lassen? Ja. Nichts mehr von ihr gehört. Seit fast fünf Monaten. Ich habe versucht anzurufen, aber... Egal. Ich nicke. Erzählen sie weiter. Mich interessiert besonders, wie sie dann darauf kam, dass die Regierung davon weiß. Wissen sie was? Mir kann's ja egal sein. Ich hab ja schon alles gesagt. Ich hab erst mit der Polizei gesprochen und natürlich kam da gar nichts. Sie haben sich meine Sachen gar nicht erst angesehen. Ich hatte ja Fotos und so weiter. Auch Filme. Alles mögliche. Sie hatten sie eingesammelt und wollten sie irgendwann ansehen. Haben sie zumindest gesagt. Wo sind die Filme? Die Fotos? Ein paar Abzüge haben ihre Leute. Das wissen sie doch. Den Rest verwahre ich an einem sicheren Ort. Wo ist dieser Ort? Er schaut mich nur schief an. Das war keine einfache Zeit. Niemand glaubt einem. Die Freundin ist weg. Und dieses Geräusch. Die ganze Zeit Kopfweh von diesen Geräuschen. Und irgendwann... Irgendwann waren diese Dinger ja auch in der Wohnung. Woher wissen sie das? Ich hab Aufnahmen. Ich hab das gefilmt mit ein paar Kameras. Ich hab mich nicht mehr sicher gefühlt und ein kleines System zusammengebaut. Aber auch hier sieht jeder etwas anderes. Ich hab keine Ahnung, was das ist und... Ich glaube, die Regierung will da irgendetwas vertuschen. Da bin ich mir sicher. Meine Freunde haben das zwar auch gesehen, aber haben sich dann ferngehalten. Vielleicht war es zu krass. Keine Ahnung. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Wir wollen nichts vertuschen. Wenn Sie uns richtige Beweise liefern, dann können wir auch alles... Lachen Sie auf Scheiße zu reden. Ich atme tief ein und aus und lecke mir über die Lippen. Wir sind nicht die Dorfpolizei, an die Sie sich... Ich will nicht darüber reden. Ich hab da kein Vertrauen. Auch allgemein, wie Sie mich behandeln. Ich seh ihn ein paar Sekunden lang an, warte darauf, dass er noch irgendetwas sagt. Wie ging es weiter? Ich hab mit dem Bürgermeister gesprochen. Und es hat genauso viel gebracht wie bei der Polizei, aber es gab da diesen einen Moment. Er hat gezögert, wissen Sie? Und irgendwie... Ich kann das nicht beschreiben. Ich weiß es nicht genau. Ich hab bloß die ersten Seiten gelesen. Es ging um gewisse Meldungen, die ignoriert werden sollen und andere Verhaltensweisen in gewissen Fällen. Aber ich bin nicht wirklich dazu gekommen, das komplett zu lesen. Ich hatte ja nicht mehr viel Zeit. Wie viel haben Sie gelesen? Die ersten paar Seiten vielleicht. Kurz darauf, nachdem ich die Akten verstaut habe, bin ich dann hier gelandet. Und ich weiß nicht, was ich gemacht haben soll. Sie sind eingebrochen. Ja, aber... Das ist nicht fair. Was haben Sie alles gesehen? Diese Dinger. Ein bisschen zumindest. Irgendwie scheint die Kamera sie nicht richtig aufzunehmen. Sie sind in meiner Wohnung umhergeirrt und dann standen sie einfach rum und haben irgendwo hingestarrt. Eines saß bei mir im Schlafzimmer, glaube ich, während ich geschlafen habe. Eines ist die ganze Zeit ums Haus gelaufen. Immer und immer und immer wieder. Keine Ahnung, was das... Er hält inne. Hinter mir höre ich Schritte. Die Tür geht auf. Mein Kollege. Der Anwalt ist da. In Ordnung. Ich wende mich noch einmal kurz zu Simon Beck. Bis später. Ich mustere ihn eingehend. Und gehe dann hinaus. Kann uns hier wirklich niemand hören? Nein, die dürfen nicht zuhören oder abhören oder was auch immer. Ich hab das zur Sicherheit auch nochmal kontrolliert, aber die müssen sich so oder so dran halten. Es ist nicht einfach, Beamte aus ihrem Job zu befördern, aber das ist eine Möglichkeit. Die halten sich dran. Die wissen, dass ich den sonst richtig einheize. Sind sie sich sicher? Ja, absolut. Hier wird nichts passieren. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Sie hatten erzählt, dass sie schon ein paar dieser Fälle bearbeitet haben. Dass es mehr Leute gibt. Ja, das stimmt. Ein gutes Dutzend kam zu mir und seitdem hab ich alles mögliche zusammengetragen. Es war wirklich nicht leicht, aber wir stehen hier kurz vor einem Durchbruch. Was glauben Sie? Was geht hier vor? Aliens. Ich glaube, dass wir eine Art Unterwanderung durchlaufen. Seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten. Ich glaube, dass Aliens unter uns sind. Dass sie sich verstecken und dass das vertuscht wird. Dass uns etwas vorenthalten wird. Warum glauben Sie, sind diese Dinger hier? Das weiß ich nicht. Vielleicht um uns zu erforschen. Vielleicht gibt's auch gar keinen Grund. Das konnte ich bisher nicht herausfinden. Das wirkt alles so zufällig. Wie lange sind Sie schon an der Sache dran? Vier, fünf Jahre? Irgendwie so. Am Anfang war es natürlich nicht so ernst, aber mittlerweile bestimmt das mein ganzes Leben. Damals, als der erste Mandant kam, hatte ich das für Unsinn gehalten. Aber als ich mich damit beschäftigt habe, hab ich erst gemerkt, wie groß die Sache ist. Warum haben Sie keine Probleme bekommen? Ich hab Kontakte. In Deutschland macht man einen Anwalt nicht so schnell mundtot. Da muss schon einiges passieren. Zumindest bisher. Ich hab mittlerweile das Gefühl, dass niemand mehr sicher ist. Ich hätte einfach abhauen sollen. Wie meine Freundin. Ich hätte da niemals reingeraten dürfen. Warum sind Sie nicht weggezogen? Ich konnte nicht. Meine Mutter hat bloß eine Einzimmerwohnung und mein Vater ist seit zwei Jahren tot. Und Geld für einen Umzug hab ich nicht. Ich kam mit der Arbeit ja so oder so kaum über die Runden. Meine Freundin hat mich damals einfach vor die Wahl gestellt, ob ich mitkomme und das Ganze vergesse. Aber ich konnte einfach nicht. Das wäre vielleicht besser gewesen. Auch wenn ich das nicht gern ausspreche, ich will reinen Tisch machen. Das mit der Bezahlung für Sie kann vielleicht ein bisschen dauern. Machen Sie sich darum bitte keinen Kopf. Mir ist das ein Anliegen. Ich weiß ja, dass es immer wieder diese Fälle gibt. Das ist keine Anomalie mehr. Das kommt ja überall vor. Und ich weiß nicht einmal, wie viele das ignorieren. Wie viele nicht zur Polizei gehen. Und natürlich bekomme ich nur die Fälle mit, über die berichtet wird. Oder wenn jemand direkt zu mir kommt. Es war richtig, von Ihnen zu mir zu kommen. Und ich werde Sie kostenlos vertreten, Herr Beck. Danke. Wirklich, danke. Ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskommen soll. Wenn ich... Wenn ich ins Gefängnis komme. Wie viel Zeit muss ich dann absetzen? Drei bis vier Jahre. Aber das wird nicht passieren. Sie sind ja quasi wie ein Whistleblower. Wenn das alles endlich offen liegt, wird die Regierung gar nicht anders können, als sie sogar zu ehren. Ich bin mir absolut sicher. Das scheint mir... Glauben Sie mir. Wenn das alles bekannt wird und die Bevölkerung davon weiß, dann wird sich einiges ändern. Machen Sie sich um eine Gefängnisstrafe, keine Sorgen. Das wird nicht passieren. Ich werde mein Bestes tun. Wissen Sie was? Ich darf das eigentlich nicht, weil es immer noch ein Restrisiko gibt. Aber ich verspreche Ihnen, Sie kommen nicht ins Gefängnis. Sie sind der Schlüssel. Ich weiß nicht. Vertrauen Sie mir. Okay. Wie geht es jetzt weiter? Ich habe mit ein paar Kontakten geredet. Bei der Polizei. Die stellen bei Ihnen alles auf den Kopf. Ich versuche das gerade stoppen zu lassen, aber wenn die bis dahin was finden, kann ich nichts tun. Ich darf das eigentlich nicht, aber ich will die Sachen, diese Unterlagen, um die es geht, verschwinden lassen. Das muss natürlich unter uns bleiben. Wenn ich mich wirklich auf diese Weise einmische, kann ich meine Zulassung verlieren. Verstehen Sie? Die Sachen sind sicher verstaut. Machen Sie sich da keine Sorgen. Ich habe wirklich aufgepasst, dass da nichts passiert. Die Unterlagen würden mir bei der Forschung des Ganzen sicherlich auch sehr helfen. Vielleicht kann ich über das, was Sie gefunden haben, etwas herausfinden, was ich an die Öffentlichkeit bringen kann und dann jetzt schon alles ins richtige Licht rücken. Verstehen Sie? Das könnte der entscheidende Schritt sein. Der Punkt, der alles auffliegen lässt. Wie kann ich mir sicher sein, dass... Ich tue mein Bestes. Natürlich kann ich Ihnen keine hundertprozentige Garantie geben, aber das wird unsere Chancen verbessern. So oder so. Ich habe Kontakte zur Presse und das Einzige, was ich noch brauche, sind Bildmaterial, Filmchen und Unterlagen, die klar machen, was Sache ist, was im Gange ist. Es werden natürlich auch Interviews und alles kommen. Das wird noch richtig groß. Okay. Ich sag's Ihnen. Aber ich möchte etwas dafür. Ein Versprechen. Natürlich. Sie veröffentlichen nur so, wie ich das möchte. Ich will damit einbezogen werden. Ich will, dass das richtig bekannt wird. So wie es wirklich ist. Ich will, dass die Leute wissen, dass diese... diese Dinger unter uns sind. Wahrscheinlich seit Jahren. Dass wir verarscht werden. Ich werde mit Ihnen alles absprechen. Da können Sie sicher sein. Ich verspreche es Ihnen. Also. Ich hab die ganzen Sachen unter ein Auto in der Nachbarschaft gesteckt, das nie benutzt wird. Einfach da in einen Hohlraum geschoben. Wie so ein Drogendealer. Wie sieht das Auto aus? Es ist das Auto vom alten Webermann. Lila. Er hat immer erzählt, dass er das billiger bekommen hat, weil es so hässlich ist. Witzig. Danke. Was? Ich lege den Kopf schief. Danke. Was? Was passiert hier? Er will aufstehen, aber die Kette hält ihn zurück. Was soll hier passieren? Ihre... Ihre Stimme! Ich klinge wie der Polizist? Natürlich. Ich stehe auf und sehe, wie seine Welt noch weiter erschüttert wird. Was sind Sie? Keine Ahnung. Nennen Sie mich, wie Sie wollen. Ich sehe in seinen Augen, dass er sich nie wieder erholen wird. Ich spüre, wie sein Herzschlag sich verdoppelt, als ich an meinen Kopf greife und zumindest eines der Menschenkostüme abziehe. Die dünne Schicht streife ich langsam von der nächsten Schicht und werfe sie anschließend in die Ecke. Ich strecke mich. Jede Schicht ist so unendlich einengt. In ihm ist etwas zerbrochen. Er starrt mich nur an. Er kann nicht mehr. In ihm ist der letzte Rest Hoffnung zerstört. Wissen Sie, Sie wollten doch frei sein. Und genau das wird jetzt passieren. Sie kommen frei. Na, ist das nicht toll? Ich drehe mich um. Kommt rein! Meine beiden Kollegen kommen rein. Hat er den Standort verraten? Ein lila Wagen von einem Nachbarn. Wie war nochmal sein Name? Ich schaue zu Simon. Er antwortet nicht. Webermann. Herr Webermann. Unter dem Wagen. Holt alles ab. Bis später dann. Die beiden Kollegen verlassen den Raum wieder und ich widme mich wieder Simon. Hätten Sie nicht gedacht, oder? Vor allem, dass Sie jetzt freikommen. Ich hab mein Wort gehalten. Also zumindest Teile. Das muss doch reichen. Ich gehe zu ihm, klopfe ihm auf die Schulter und dann mache ich seine Fesseln los. Stehen Sie auf! Los! Er bewegt sich nicht. Ich packe ihn und reiße ihn aus dem Stuhl. Ich drücke auf die Klingel. Seit er vor zwei Jahren bei dem Verhör war, ist er nicht umgezogen, obwohl ich es erwartet hätte. Soweit ich weiß, arbeitet er nicht, hält sich irgendwie über Wasser. Ich weiß nicht, ob er aufmachen wird, aber notfalls werde ich mir einfach Zutritt verschaffen. Doch dann höre ich Schritte. Er öffnet die Tür und starrt mich einige Augenblicke lang perplex an. Was wollen Sie noch? Er sieht zerstört aus. Ich habe ein Bild von ihm von vor sechs Monaten gesehen und der Verfall war offensichtlich. Aber das, was mir jetzt geboten wird, ist kein Vergleich. Eine menschliche Ruine. Wann waren Sie das letzte Mal draußen? Verschwinden Sie! Bitte! Ich gehe an ihm vorbei in die Wohnung. Er hält mich nicht auf und folgt mir. Keine Ausdrucke, keine Zeitungsausschnitte, nicht das elendige Klischee. Aber alles ist ruinös. In den Ecken Schimmel. Alles ist so dreckig. Wie geht's Ihnen? Er lacht kurz. Verzweifelt. Ja, mir geht's auch gut. Ich habe mitbekommen, Sie haben tatsächlich noch drei, vier Medienleute angeschrieben. Hat ja nicht so gut geklappt. Warum sind Sie hier? Was wollen Sie von mir? Noch mehr zerstören? Ich will gar nichts. Was ich will, spielt keine Rolle. Aber ich habe eben gewisse Aufgaben zu erfüllen. Wir haben auch Hierarchien. Verstehen Sie? Und mir tut das wirklich... ähm... mir tut es nicht leid. Ich kann ehrlich sein. Es ist einfach nur nervig. Mir ist es egal. Sie sind mir egal. Aber ich habe das nicht zu entscheiden. Bitte gehen Sie. Ich kann nicht. Ich muss Sie töten. Man muss, zumindest sagte man mir das, wir müssen ein Exempel statuieren. Wie bei allen. Wir sind eigentlich nicht böse, aber... die Leute dürfen nicht suchen. Noch nicht. Das ist ja auch irgendwie ein Eingriff in unsere Privatsphäre. Wie auch immer. Ich ziehe ihm eine Krawatte aus und halte sie ihm hin. Er schaut mich verwirrt an. Was soll ich damit? Erhängen. Was? Ich habe doch aufgehört. Warum... Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe alles verloren. Alles. Erhängen müssen Sie sich. Jetzt. Nein. Okay. Jetzt ist er restlos irritiert. Ich schaue ihn lange an. Also. Sie können immer noch wählen. Du. Simon. Du darfst wählen. Entweder ich kümmere mich darum und erledige das einfach. Versuch nicht zu fliehen. Wir finden dich. Oder du nimmst dir jetzt die Zeit, hast einen Moment für dich und erhängst dich. Das ist doch für alle das Beste. Das können sie nicht machen. Ich höre auf. Ich werde nicht mehr daran denken. Ich werde... Ich werde... Ich lege die Krawatte auf den Tisch. Such's dir aus. Ich komme in einer Viertelstunde wieder. Die Halterung der Lampe wird stabil genug sein. Ich zeige nach oben. Fassungslos starrt er mich an. Mach's gut, Simon. Ich verlasse den Raum, verlasse die Wohnung und stelle mich vor die Tür. Es ist eine waldige Gegend. Ein sanfter Luftzug weht durch die Blätterdächer. Ich schaue der Sonne entgegen, spüre die Wärme unter den ganzen Schichten. Es ist friedlich. Ich schließe die Augen und höre, wie er sich auf den Stuhl stellt. Er hält inne. Ein Moment. Noch ein. Das Unvermeidliche hinauszögern. Dann schiebt er seinen Stuhl weg. Ich höre das Würgen. Es ist warm unter den Schichten. Friedlich. Er zappelt und wirkt und stirbt. Wirklich angenehm heute. Er ist tot. Alles ist wieder in Ordnung. Dann mache ich mich auf zum Nächsten. Heute ist noch viel zu tun. Dann mache ich mich auf zum Nächsten.